Liebe Zuschauer, Lieblingsschlager, das Magazin, ich freue mich auf Sie. Klicken Sie sich durch im Internet oder schalten Sie ein im TV. Ich war in Tönnern im Obsteil Trebitz unterwegs. Es war wunderbar auf einer Ranch eingeladen von Christian und Mike, die mir zeigen, wie toll es sein kann, mit so vielen Tieren zu leben. Lieblingsschlager? In unserer Ausgabe mit dabei Petra Frey, Danny Schönemann, ich freue mich auf Johnny Hill, Simone Moos und Zeitflug. Außerdem Sabine Ellara und Mariella Ngana. Einschalten? Okay.